Es ist für uns ganz wichtig, dass wir eben das Thema Online-Werbung verstärken und meinen, dass wir da in der Zusammenarbeit mit Feeder Performance auf dem richtigen Weg sind. Mein Name ist Bruno Hall, ich bin der Geschäftsführer von der Firma Villringer, Expert Villringer. Meine Frau und ich betreiben vier Elektromärkte hier in der Gegend, in Lörrach, in Schopfheim, in Bad Secking und in Rheinfelden. Seit circa zwei, drei Jahren arbeiten wir zusammen und zum einen erstellt die Firma Feeder Performance eben für uns Kampagnen, sowohl Werbekampagnen für unsere tollen Produkte als auch Image-Kampagnen eben. Und immer mal wieder tauschen wir uns eben auch aus, wo wir Feeder Performance eben sagen, an was wir im Moment gerade dran sind, was wir im Moment gerade machen und dann kommt oft eben auch interessante Ansätze heraus, was wir gemeinsam tun können. Ja, also auf jeden Fall natürlich, dass die Zusammenarbeit sehr professionell ist, aber noch wichtiger ist der persönliche Kontakt auch zum Team, den wir als sehr, sehr positiv empfinden. Meistens lassen sich ja solche Werbeerfolge nicht auf eine einzige Aktion eben zurückführen, sondern es ist ja ein Zusammenspiel. Wir sprechen auch von 360-Grad-Werbung eben. Da ist ja gerade das Thema Online eben ein ganz wichtiger Bestandteil und genau in diesem Bereich arbeiten wir ja intensiv eben auch zusammen und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit unserer Entwicklung und da ist mit Sicherheit auch ein guter Beitrag von Feeder Performance dabei. Ja, dass wir auf jeden Fall einen viel professionelleren Online-Auftritt haben. Und wenn man sieht, dass das Thema Online-Werbung eben immer mehr von Bedeutung ist, auch weil unser klassisches Werbemedium die Beilage eben an Bedeutung verliert und auch teurer wird oder so.